Gutes, wenn man Ronny heißt oder nicht. Ich meine, das Ding ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Patte du sonst so hast, aber wenn 34, also okay, ich wollte gerade sagen, wenn 34.000 für dich viel sind, oh mein Gott, der setzt gar nur scheiße hin. Wenn 34.000 Euro für dich viel sind, dann solltest du vermutlich rausgehen.